zwei kisten so die kisten packen wir unten hin als überlaufschutz falls irgendwas in pulverizer schmeißen das heißt wir machen wieder super mario hopp die hopp die hopp die hopp die hopp warte doch aber das nieder dürfen sich genau das muss ganz am ende sein also hier aber es darf nicht damit verbunden sein schon wieder voll mit überlauf ja genau mit dem das also müsste okay sein das heißt ich hätte gerne den pulverizer da und würde da gerne quaz das reinschmeißen der quaz reinschmeißen das heißt es müsste jetzt hier unsere das rauskommen was wir brauchen was allerdings ein weiter dauert denn die alten duck sind doof mit ein grund warum ich das ganze und mein tafel gerade zugemüllt weil ich auf dem rückler stehe aber ja mit ein grund warum ich das im e system auch möglichst schnell haben will weil die alten duckt einfach doof sind und es kommt bisher nichts an ach das ist jetzt nicht gut ich habe ganz vergessen das ding hat ja den output so eingestellt dass das hier drüben schiebt und ich verstopft das jetzt irgendwo sehr komisch warte alle hier ist es nieder quaz das du weg mit ihr ich brauche eine workbank workbench eine workbank da also plastik redstone liter quaz zettos quaz herstellen so dann glas glas kabel davon stelle ich auch gleich ein paar mehr her so da schon mal recht viel glas drauf gegangen und du kommst damit rein okay essen essen nicht vergessen da aber es geht richtig schön fix also man weiß was man tut ist das me system echt keine große sache das einzige problem ist als später alles fein zu tunen mit den ganzen exporter und importern was da noch so alles kommt aber die grundlagen sind echt gut machbar so mehr daran ist okay wir können auch schon mal dich ich will das andere dinge erst fertig haben so hoch so wir hätten jetzt gerne dich dafür brauchen wir ein kabel und dich für dich brauchen wir wieder ein gold chip ein quaz kristall unten ein nieder quaz oben flugs das habe ich auch übrig behalten ja habe ich rot chips habe ich ein übrig behalten reichte das verklickt ja einer reicht gut so du dahin ein kristall da ein kristall da so wesentlich einfacher dann dich shift klick will da nicht okay du da du da wir haben nicht noch glas oder nein ein glas fehlt okay da so jetzt links klick shift links klick fertig ein me access terminal sehr schön runter das me access terminal kommt direkt auf den controller drauf das gilt auch gleichzeitig als kabel also das me system arbeitet mit diesem verkabelung und sachen werden nur an das ist ihm angeschlossen wenn es direkt an einem kabel dran ist aber ein großteil der blöcke aus dem paket arbeiten auch gleichzeitig als kabel also das ding hier das heißt wenn ich jetzt daneben den me drive setze wird es darüber verbunden und hier in das me drive können wir sie chips setzen aber rechts klick chip 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 da da und die leuchten grün sehr gut das heißt wir können jetzt rechtsklicken auf dieses terminal hier und in das terminal schmeißen sachen rein einfach alles da ist das schöne system und schmeißt einfach alles rein so wenn wir jetzt hier reingucken sehen wir bei dem da 257 von 1024 bytes genutzt 24 von 63 typen 24 jahres kommt hin und so können wir halt nach und nach einfach alles da rein schmeißen und jederzeit von jedem terminal das mit dem system verbundenes rausholen das heißt wir können oben auf jeder plattform ein so ein access terminal hin packen und haben dann von jeder plattform jederzeit zugriff auf das system es gibt auch noch eine höhere technologische variante davon die sorgt dann dafür dass man von überall zu geworfen system hat also quasi ein kabelloses zugriff system wlan was schon sehr sehr schick ist also dass wir dann gucken jetzt würde ich gerne wir könnten schon mal anfangen automatisieren aber ich glaube das ist ein bisschen hoch gegriffen erst müssen wir schauen wie es mit der stromversorgung läuft weil das ding saugt ja durchgehend hier 2,1 mj ab wir können es auf verschiedene energie sachen umstellen leide aber nicht auf rf energie was doof ist das wird nach und nach weiter gemacht aber das hält zählt eine ganze weile so noch fast nichts dran also je mehr kabel dran sind je mehr access terminals dran sind je mehr gegenstände in das system reingelegt werden oder rausgenommen werden jeder vorgabe braucht drum desto mehr ist halt hier die auslastung aber das ist ein guter anfang das heißt ich hätte gerne meine stone bricks wieder du mach hier hinten schon einen server raum fertig einfach nur so kleinen rahmen für später mit dem bilder smart arbeiten können dann brauchen wir noch ganz viel stein das geschmolzen wird für smooth stone und mehr wände hochziehen können und den ganz ganz viel kabel ganz ganz viel kabel aber wir müssten jetzt theoretisch alle unsere maschinen mit dem me system verbinden das heißt die item drugs würden alle weg kommen wir hätten an den pulverisern eingänge und ausgänge in das me system und die güte die am ende rauskommen bei den pulverisern landen im me system und dann landen die hier direkt beim rüttler zum beispiel dass ich könnte ich hier im me system kabel hinten ranhängen einen sogenannten exporter weil er aus dem me system exportiert also raus gibt in den rüttler und zwar durchgehend eine sache könnte sagen du kriegst durchgehend sand oder du kriegst durchgehend das nicht so wie bei den duktes bei den duktes muss ich ja extra an den barrel ansetzen damit er weiß was er reinpacken soll da kann ich super feintunen das ist echt irre praktisch werde ich aber hier noch nicht machen weil ich will das später woanders haben das ist mir alles hier viel zu wuselig und viel zu chaotisch das können wir später machen der golem schaut runter ja da unten ist nichts aber was will ich denn automatisieren jetzt am anfang was ist denn schön leicht wir könnten die beiden sachen hier automatisieren wir könnten dich durchgehend befüllen mit setzlingen zum beispiel überschaubar sagen wir so problem ist wir jetzt haben wir können hier hinten hat auch hier können kabel verlegen me system ich hätte gerne meine kabel wieder das wieder und ich hätte gerne alles einig was mit dem system zu tun hat auch wieder flugs dass das dass das dass das das kann drin bleiben und man kann übrigens auch im me system selber suchen nach dingen wenn ich jetzt in geht eingeben werden und jetzt aufgelistet später kann auch einstellen dass sachen hergestellt werden vom me system das heißt du sagst denn ich hätte gerne ein mining drill precharger und wenn man die rezepte dafür hinterlegt hat was teilweise recht aufwendig ist herzustellen denn baute die aus allen rohstoffen die im system vorhanden sind die teile nach und nach zusammen das heißt dann muss nicht mehr mehr kraften das ist einer der kritikpunkte auch an dem mod er ist tierisch überpowered später und spart tierisch viel zeit aber muss man halt wissen ich denke mal hier bei agrarian skies und ähnlich komplexen mod paketen ist das okay wenn man sich sonst die finger blutig klickt so kabel kabel habe ich okay wir bräuchten jetzt mindestens ein exporter gucken was die exporter brauchen expo basic exporter braucht bistens haben wir kabel haben wir also haben wir eine interface interface braucht wieder so eine conversion matrix braucht also wieder goldene chips davon sollten wir noch ein paar mehr herstellen wir haben ja oben gold blöck was ist hier los die kiste oben kündig war okay wo mir raus wo mir raus bio sachen raus dass barry bush aller möglichen büschel meine fackeln truhe ja ich sollte mir abgewöhnen sachen einfach so rein zu schmeißen bio hier kriegst die ganzen tische setzlinge waren hier weg weg das gehört noch zu bio zeug das gehört an die wand gasträne da bomil da du bist kein bio du gehörst die wand du gehörst die wand du gehörst die wand die ließ gehören hinten hin die gehören eigentlich zu den setzlingen du gehörst hier du gehörst hier hin und genau das probleme später auch nicht mehr haben stimmt eigentlich ich könnte jetzt eigentlich alles gleich ins system ballern die versuchung ist ziemlich groß mal einfach mal müssen wir nur gucken wie halt die chips ausgelastet werden also brauchen nicht brauchen ich brauche nicht so alles da rein du bist warum nicht das brauche nicht den rest brauchen wir eigentlich chips sind völlig okay noch ja sehr geil okay kommt hier die kisten ich hatte hier noch eine komische kiste die manchmal leer und hauen das hier hin so weg 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 eine hoch auf aufgeräumte inventars wo sehe ich dahin oder zumindest besser aufgeräumte also auch alle barrels müssten wir jetzt theoretisch so entleeren aber damit warte ich noch ein bisschen aber hier die ganzen sachen das ist mir schon fast ein verlangen das weg zu sortieren kiste da wir können auch kisten selber und auch barrels als im system einfach anschließen wobei ich da nicht so wirklich viel sinn drin sehe ich habe das lieber auf dem chip als auf der kiste also theoretisch können die kiste hier hinsetzen sache in die kiste packen und dann kriegt die kiste ein wie hieß das ding bleibt transition plane nein ein storage pass ich glaube der war das der fasi storage pass und der nimmt halt den gesamten inhalt der kiste und nimmt ihn als teil des me system ist also die sachen die in der kiste da lagern oder den bell oder was auch immer gehören zum system aber warum warum die aber gleich hier rein werfen ich verstehe das nicht so ganz so machen wir einfach so das fühlt sich schon haben wir 48 types ich denke es wird am ehesten erstmal den types mangeln und nicht an dem platz wobei wenn wir kommen ist und so weiter auch noch ein jahr das könnte gut abgehen biokiste ja die kiste war sowieso man graus da haben wir auch die ganzen ärzte mit reingeschmissen ja hier sortiere ich ein bisschen steine super wir haben ein hightech me system gebaut und mit was füllen wir es komischen pflanzen stein und alles mögliche an metall ja und unbedingt access ports also die da oben auch noch herstellen dann finde ich jedes mal herunter laufen müssen das ist doch ein wenig lästig also ich hätte gern das zeug kommt auch gleich ins system und gold drei kubikmeter gold da ich brauche mir glas haben wir ok du 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 so 20 gold chips sehr gut das könnte noch erreichen hier müssen noch reste drin liegen genau damit können wir schon mal arbeiten du hast keine kohle mehr du nein nicht wegwerfen du leg die dahin und hier füllen wir jetzt alles mit charcoal weil wir ja genug bäume haben du da du da kohle kann holz 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 15 stecks holz das ist so geil du dein mach mehr kohle noch mehr kohle noch mehr kohle noch mehr kohle noch mehr kohle